Lieben Sie das Leben. Lieben Sie die Welt und was sie Ihnen alles bietet. Genießen Sie das, was auf dieser Welt genießbar ist? Oder versagen Sie sich so manches, weil Sie ahnen, dass es nicht gut für Sie ist oder sein könnte? Ja, warum warnen denn so viele Autoren der Bibel vor der sogenannten Welt? Was soll daran so gefährlich sein, wenn man das Leben auf dieser Welt in vollen Zügen genießt? An einem Beispiel aus einem Brief von Johannes an eine Gemeinde können wir uns einmal dieser Frage widmen. Im ersten Brief des Johannes, im Kapitel 2, Abvers 2. Da schreibt er. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und hofffertiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ja, das ist Johannes. Der hat eine, man kann sagen, ziemlich direkte Sprache. Ohne Umschweife sagt er einfach das, was Sache ist. Das sind sozusagen, man könnte das nennen, so apodiktische Knaller. Er sagt das, was einfach gilt, Punkt. Erklärt nicht viel, nicht wie der Paulus, der das immer so einführt und das dann begründet und so, sondern er sagt einfach, wovon er überzeugt ist. Hier ist das ein Zuspruch an drei Generationen und es ist eine Erinnerung bzw. eine Mahnung oder sagen wir eher eine Warnung. Einmal sagt er also, gut, dass ihr Jesus gefunden habt. Und dann sagt er, bleibt dabei und bewahrt euch vor der Welt. Ja, fangen wir mal von vorne an. Er fängt nämlich an mit einem Satz, sozusagen so einem ersten Knaller. Sünden sind vergeben, eure Sünden sind vergeben um seines Namens willen. Ist doch alles klar, oder? Ja, heute ist das nicht mehr so einfach. Heute wird das nicht einfach so geschluckt. Oder man schluckt es irgendwie und zitiert es, ohne irgendwie zu wissen, was damit gemeint ist. Denn aufgrund dessen, dass das Ganze in der römischen Welt stattfindet, ist die Betrachtungsweise dieses Zusammenhangs immer gern mit dem juristischen Modell erklärt. Das ist also dieses Sühnopfer. Also um es mal so ganz einfach zu erklären, du und ich, wir alle sind Sünder. Wir sind unheilig. Wir sind eigentlich unwürdig und letztendlich unfähig für Gottes Heiligkeit. Und aufgrund dessen sind wir von Gott getrennt. Und von Gott getrennt zu sein, heißt letztendlich eine Art von geistigem Todsterben. Um also ohne Lebendigkeit zu sein. Und das als eine sogenannte Strafe, als ein Ergebnis unserer Sündhaftigkeit. Und Jesus hat nun unsere Strafe am Kreuz auf sich genommen. Und wer bereit ist, das zu glauben, den sieht dann Gott als gerechtfertigt an. Und er erfährt keine Strafe und auch keinen Tod. Das ist jetzt so das juristische Modell. Man kann das andere aber auch anders erklären, ohne dass das im Inhaltlichen irgendwie anders wäre. Man kann es mit einem Heilungsmodell deutlich machen. Das Gleiche wie bei dem juristischen Modell ist, Gottes Heiligkeit, die ist eigentlich inkompatibel zu allem Unheiligen. Gottes Heiligkeit erträgt das Unheilige nicht. Oder genauer gesagt natürlich, das Unheilige erträgt Gottes Heiligkeit nicht. Und das bedeutet, dass sobald sich das in die Nähe kommt, wird das Unheilige aufgelöst, vernichtet. Nun, wir alle sind in einer ziemlich unheiligen Welt eingebunden. Und das Ergebnis ist, dass wir tatsächlich so als Menschen ziemlich unheilig werden. Also eigensüchtig, auf uns bezogen. Wir wollen das haben, notfalls auf Kosten anderer. Das verändert uns und unsere Seele selbst wird dadurch immer mehr innerlich heillos, also zerrüttet. Und das heißt, wir sind dann auch unfähig, Gottes Heiligkeit überhaupt zu ertragen. Sie würde uns, wenn sie uns jetzt begegnen würde, einfach auflösen und vernichten. Deswegen gibt es dann eine Trennung. Also man könnte da sagen, einen Sicherheitsabstand. Und der Sicherheitsabstand, das ist dann die Trennung von der Quelle der Liebe. Da ist zwar immer noch eine Art von Existenz möglich, aber gleichzeitig ist das eigentlich nicht Leben oder Lebendigkeit nennbar. Ja, und diese Trennung, dieser Sicherheitsabstand ist für uns grundsätzlich unüberwindbar. Was sollen wir denn tun? Aus welchen Quellen heraus sollen wir uns irgendwie heilig machen, dass wir die Heiligkeit Gottes überhaupt ertragen können? Es gibt also nur eine einzige Chance, nämlich Gott selber wird Mensch. Und jetzt kommt etwas schier Unfassbares. Er verzichtet auf seine unendliche Macht. Und das wird am Kreuz ganz besonders deutlich. Er ist bereit, absolut alles zu ertragen und nichts, aber auch gar nichts zu tun mit seiner Macht, um das zu verhindern. Und sich absolut auf die pure Liebe zu besinnen. Alles verdichtet sich in ihm auf die pure Liebe, sogar am Kreuz. Das heißt, er verzichtet auf das, was eigentlich Heiligkeit auch bedeutet, nämlich die Macht, die Größe, dasjenige, was letztendlich unendlich rein ist. Er verzichtet darauf, um der Liebe willen. Und damit durchdringt er jetzt die Sphäre der Gottgetrenntheit. Er kann also jetzt in diesen Todesbereich hineingehen, ohne dass das Unheilige sich angesichts seiner Heiligkeit auflöst. Weil jetzt ist das pure Liebe geworden. Und zwar so, dass sie dem Menschen adäquat wird, dass er kompatibel damit ist. Er kann sich also jetzt den Todgeweihten nähern. Und zwar unendlich weit nähern. Er bietet ihnen nämlich jetzt sich selbst. Als Heilung an. Er kann ihnen wirklich sagen, nimm meine Liebe an. Und heile dich durch meine Liebe von innen. Das ist Sündenvergebung. Sündenvergebung ist im Innersten nämlich Heilung. Und wie jetzt hier formuliert wird, allein um seines Namens willen. Ja klar, um Jesu Willen. Weil er ist derjenige, der uns diese Form der inneren Heilung anbietet. Ja, und dann spricht Johannes die normalerweise lebenden Generationen an. Das sind ja normalerweise so drei. Das sind die Väter, die jungen Männer und die Kinder. Nehmen wir mal die Frauen natürlich dazu. Aber damals galt alles für die männlichen Generationen. Die Väter, das wären also jetzt in dem Fall die Großväter. Die jungen Männer, das sind, ich nenne sie jetzt mal Jungväter. Und die Kinder, das sind die drei Generationen, die ihr jetzt direkt anspricht. An die Väter sagt er, ihr habt mit allem begonnen. Ihr habt ihn erkannt und ergriffen. Und ihr habt es weitergegeben. Den jungen Männern, denen sagt er, ihr habt mit eurem Engagement und mit eurer Kraft das aufgebaut, worum es geht. Ihr habt auch alle diejenigen, die in eurer Verantwortung sind, geschützt. Ihr habt das Böse überwunden. Ihr habt verhindert, dass das Böse in eurer Familien wirksam wird. Gott, ihr habt gekämpft. Und an die Kinder sagt er, ihr habt Gott als den liebenden Vater erkannt und angenommen. Also er sagt ihnen eigentlich die Grundbotschaft, Gott ist nicht mehr eine unendlich weit entfernte Gestalt, sondern er ist ein liebender Vater, der euch persönlich begegnen will. Und wenn Kinder das aufnehmen, dann ist der Same dafür, für die Liebe zu diesem liebenden Vater schon gelegt. Man könnte diese Ansprache, eine Ansprache nennen, die idealtypisch ist. An eine idealtypische Form von generationenübergreifende Wirksamkeit. Die Erfahrenen, die Altväter sozusagen, die halten den Kurs. Sie sind diejenigen, die dafür sorgen, dass die Wahrheit erhalten bleibt. Die Jungväter, das sind die Kräftigen, die bauen auf und sie schaffen die Sicherheit, die notwendig ist. Und der Nachwuchs, der nimmt die Wahrheit dankbar auf, um selber daran zu wachsen, um selber dann wieder zur jungen Generation zu gehören, um es weiterzugeben und dann zur älteren Generation zu gehören, die wieder das Ganze auf Kurs hält. Das heißt, dieses Modell ist sozusagen das Modell einer Gemeinde, in der die Generationen miteinander zutiefst verbunden sind, wo die Liebe Gottes in allen wächst. Das ist sozusagen ein ganz stabiles Modell der Heilung. Hier wird die elementare Botschaft des Evangeliums über die ganzen Generationen hinweg auf eine gute Art und Weise weitergegeben. Das ist dasjenige, was Johannes jetzt hier erst einmal auf den Punkt bringt. Und dann bringt er erst recht was auf den Punkt, nämlich, er sagt, diese Liebe, die jetzt bei euch wirksam ist, in jedem, in seinem jeweiligen Verantwortungsbereich, die ist gefährdet. Grundsätzlich ist sie gefährdet. Und zwar am ehesten durch das, was man Welt nennt. Und darauf möchte er nochmal hinweisen. Aber der Begriff Welt, der schillert ja so ziemlich. Den müssen wir erst einmal versuchen zu verstehen. Was ist denn damit gemeint? Um das abzugrenzen, müssen wir mal das, was sicher nicht gemeint ist, erst einmal dagegenstellen. Was zum Beispiel nicht gemeint ist, ist so ein naives Bild von Welt oder ein dankbares Bild von Welt. Das naive Weltbild, das ist einfach, da ist Welt, das da draußen, das ist das Nicht-Ich, das ist das Andere, das Neue, das noch Fremde, das Interessante, manchmal auch Bedrohliche. Das ist praktisch diese kindliche Weltsicht. Die Welt ist etwas, was erkundet wird. Da ist Staunen angesagt. Es ist etwas ganz Besonderes. Und diese Welt ist jetzt nicht gemeint. Und daraus ergibt sich normalerweise, nicht normalerweise, sondern im Idealfall ein dankbares Weltbild. Dann ist die Welt so etwas wie die Schöpfung oder die Wunderwelt Gottes. Die Natur, die Schönheit in der Natur, das Faszinierende, das bestaunt werden kann. Das, was letztendlich auch Verbundenheit erzeugt, wo man sich eingebettet fühlen kann, geborgen fühlen kann, wo man den Schöpfer zu ahnen beginnt, wo Dankbarkeit entsteht und letztendlich Lebensfreude. Also praktisch der Nachklang von dem Wort am Anfang der Bibel und siehe, es war alles gut. Das ist mit Welt jetzt hier eindeutig nicht gemeint. Was denn dann? Ja, es geht hier um ein, ich nenne es mal, eine Ressourcenwelt. Ein Weltbild, das die Welt als eine Ressource begreift. Also etwas, was man sich verschaffen kann. In dieser Welt gibt es viele Leckereien und Lustbarkeiten. Alles kann man vom Prinzip her haben oder sich beschaffen. Das ist so etwas, wie man sagt, was man aus dem Leben herausholt. Das, was maximal genießbar ist. In einer solchen Welt ist Gott ziemlich überflüssig. Der ist eher lästig. Denn schließlich steht ja alles zur Verfügung. Man muss nur wissen, wie man es macht, wie man sich das beschaffen kann. Das gilt natürlich auch für Menschen. Menschen sind ja auch benutzbar. Und wenn wir in dieser Weise die Welt betrachten, dann lernen wir, skrupellos zu werden. Wir werden berechnend. Wir nutzen die Situationen aus, in denen wir uns das beschaffen können, was wir wollen. Wir nutzen auch die Positionen aus. Also wenn wir ein Amt haben beispielsweise und wir aufgrund dessen irgendwie an Ressourcen rankommen, die wir für uns nutzen können. Das ist eine Welt, in der die Macht eigentlich die größte Rolle spielt. Auch das sogenannte Recht des Stärkeren ist da entscheidend. Da geht es um Ausbeutung, um Missbrauch, auch um Lüge und Betrug. Klar, letztendlich führt das auch zu Formen von Raub, manchmal auch Mord. Und das sind aber alles nur Mittel zum Zweck. Denn es geht um einen Zweck, nämlich den maximalen Genuss. Wer ist in dieser Welt besonders erfolgreich? Zum einen der Psychopath, weil der ist nämlich wirklich skrupellos und vor allen Dingen kaltblütig. Der hat keine Angst davor, irgendwelche Regeln zu verletzen und kann sich dann das verschaffen. Und unter anderem auch der Machiavellist, das sind diejenigen, die manipulativ sind, die wissen, wie man in irgendeiner Weise Menschen dazu bringt, dieses und jenes zu tun. Beide können auch irgendwie miteinander in der gleichen Person zu Hause sein. Aber es fehlt noch eine Variante. Man kann die Welt nämlich auch als Bühne betrachten. Eine Bühne bedeutet, hier habe ich Bedeutung. Hier stelle ich mich dar. Hier ziele ich auf Bewunderung, auf die Ehre, auf Wichtigkeit. Ich brauche ein Publikum. Und das Ziel ist ganz klar, das ist das Wertgefühl für die eigene Größe. So jemanden nennt man Narzisst. Und in der Psychologie ist heutzutage das ziemlich bekannt. Man nennt das die dunkle Triade, den Psychopathen, den Machiavellisten und den Narzissten. Inzwischen gibt es auch die dunkle Tetrade. Dann kommt noch der Sadist dazu. Den brauche ich jetzt nicht weiter zu erläutern. Jedenfalls ist das eine Welt, die letztendlich von, kann man durchaus sagen, satanischen Kräften bestimmt wird. Ist das jetzt alles schwarz gemalt? Warum warnt denn hier Johannes überhaupt? Naja, weil die Verlockung so groß ist. Denn alles das bedeutet, dass diese Welt uns Angebote macht. Natürlich immer die ganz konkreten Menschen, die auch uns da hineinziehen wollen, weil sie auch von uns glauben, was haben zu können. Und die latente Grausamkeit, das, was dann letztendlich übrig bleibt, das kann sehr häufig verborgen sein. Und das Mitmachen in dieser Welt, das verspricht eben den Genuss, die Lust, wie es hier so schön heißt, den Gewinn, die Bedeutung. Das ist nun mal so. Das, was ich liebe, dem diene ich auch. Das suche ich. Das begehre ich. Das füllt mich aus. Damit verbinde ich mich. Und wenn ich jetzt das, was diese Welt ausmacht und bestimmt, wenn das jetzt von meiner Liebe ergriffen wird, da ist kein Platz mehr für die Liebe Gottes. Insofern ist schon klar, was Johannes hier sagt. Entweder oder. Er spricht auch von der Liebe des Vaters. Und das ist natürlich auch eine Liebe, die in dieser Welt wirksam wird. Das heißt also, aus der Liebe des Vaters können wir auch in dieser Welt die Dinge, die diese Welt bieten kann, genießen. Aber das ist was anderes, weil nämlich das sind Geschenke aus seiner Lebendigkeit. Das sind Geschenke, bei denen wir spüren, dass wir nicht ein Recht auf sie haben, sondern dass wir dafür dankbar sein dürfen. Wir bleiben mit ihm verbunden. Die Freude, die wir dann erleben, die wird dann zu einer inneren Fülle, zu einer geradezu überfließenden Dankbarkeit. Da besteht kein Widerspruch zwischen der Liebe zu Gott und dem, was wir an Freude genießen dürfen. Aber alles das, was uns skrupellos macht, was uns lieblos macht, wo wir andere Menschen benutzen, das kommt dann überhaupt nicht vor. Sondern dadurch, dass die Dankbarkeit in uns die zentrale Antwort auf seine Geschenke sind, können wir diese Liebe, die wir dann in uns spüren, auch weitergeben. Aber die Liebe der Welt oder die Liebe zur Welt, die ist anders aufgebaut. Da geht es immer ums Haben-Wollen. Da ist alles für mich gedacht. Ich betrachte alles auf mich bezogen. Und in Wirklichkeit, egal wie sehr ich etwas bekomme oder es mir zu verschaffen in der Lage bin, es ist nie genug. Es gibt überhaupt kein genug. Es gibt auch keine innere Fülle. Es gibt eigentlich noch nicht einmal Freude in diesem Sinne. Ja, es gibt Spaß, es gibt Lust, es gibt Triumph. Es gibt eine Menge von Erlebbarkeiten, durchaus. Ja, Johannes nennt hier als Beispiele so drei Beispiele. Fleischeslust, Augenlust und Hoffart. Ja, Fleischeslust, da denkt man natürlich sofort an Sexualität. Aber das ist erheblich mehr. Denn jede Form von Erregung oder Erregungsgenuss, der ganz exzessiv und selbstbezogen ausgelebt wird, den wir als Ersatz für die Liebe Gottes in uns zum Klingen bringen wollen, ja, alles das macht süchtig. Weil es reicht nie aus. Und letztendlich werden wir tatsächlich auch durch diese Sucht geradezu zwangsläufig lieblos. Ich nehme nur eins von Dutzenden von Beispielen, die Spielsucht. Spielsucht ist eine Sucht nach Erregung. Nach einer Erregung, in der der Triumph uns absolut erfüllt. Da ist etwas, da sind wir geradezu genial. Da ist eine Glückssträhne. Und das können wir jetzt nutzen, wie eine Art von Macht. Aber auch das ist in sich gekennzeichnet von der Lieblosigkeit. Man kann im Grunde genommen alles verspielen. Auch alles das, was vielleicht für die eigene Familie wichtig wäre. Nein, das geht jetzt nur um sich und die eigene Erregung. Oder jetzt nehmen wir mal die Augenlust. Augenlust ist ein interessantes Wort, das wird selten verwendet. Das ist das Begehren nach allem, was man sehen kann. Das Konsumierbare. Ja, das sind nicht nur Glitzerkram oder sowas. Aber natürlich ist das Prächtige und das, was besonders beeindruckend ist. Das muss jetzt nicht das Glitzern von Kleidern sein. Das kann auch das Röhren von Motoren sein. Was auch immer, jedenfalls Augenlust. Da findet man etwas beeindruckend und prächtig. Und ja, das hätte man doch gerne. Natürlich, alles, was man sehen kann, das kann einen die Lust machen, es zu besitzen. Ja, und dann spricht er noch von Hoffart. Auch so ein ganz altes deutsches Wort. Eigentlich ist es ganz einfach zu verstehen, dass es Eitelkeit, dass es Ehrsucht, die Prahlerei, dieses Bedürfnis, sich in Bewunderung zu suhlen. Ja, jemand zu sein, als jemand zu gelten. Alles das aber ist, wie Johannes gesagt, nicht vom Vater. Also damit ist es nicht gesegnet. Es ist eben kein Geschenk zu unserer Lebensfreude, sondern es ist alles von der Welt. Und hat aufgrund dessen, weil es nicht gesegnet ist, einen Fluch in sich, der ganz langsam abtötet. Die Lust der Welt, ja, die vergeht. Durchaus. Sie wird mit der Zeit immer leerer und schaler. Sie brennt irgendwie aus. Und sie frisst tatsächlich unsere Lebendigkeit und unsere Lebensfreude. Und alles das ist schon in diesem Leben wirksam. Menschen, die sich dort mit ihrer Liebe dort ergeben haben, denen ist das anzumerken. Und ihre weitere Existenz auf der anderen Seite, die wird dann schon geprägt sein vom Liebesmangel. Und die wird reichlich lustfrei sein. Und reichlich lustfrei, da gibt es ein Wort, das heißt einfach Elend. Elend. Ja, Johannes nennt hier eine Alternative. Den Willen Gottes tun. Ja, auch das wird wieder so außenorientiert gelesen. Der außengelenkte Wille Gottes, also seine Gebote, das ist für uns allerhöchstens eine Gropporientierung. Wir haben kein Handbuch, in dem für jede beliebige Situation etwas genau erklärt wird, wie wir uns angemessen verhalten. Also diese Gropporientierung, die dient nur für diejenigen, die noch keine innere Orientierung haben. Denn der innengelenkte Wille, das ist die Leitung durch seine Liebe. Und das ist eine Feinorientierung, die für jede konkrete Lebenssituation ganz aktuell wirksam wird. In diesem Willen Gottes wächst die Liebe immer mehr in uns. Sie erfüllt uns mehr und mehr. Und sie erfüllt uns jetzt natürlich nicht quantitativ, so wie man, dass es immer mehr und mehr wird, sondern qualitativ. In einer immer größeren inneren Lebendigkeit. Und das Besondere ist ja, dass, wenn seine Liebe zu unserer Liebe geworden ist, ist das unsere Liebe. Und weil wir dann aus unserer Liebe heraus handeln, nennt man das Freiheit. Das ist die eigentliche, wahre Freiheit, die eben nicht mehr eingefangen wird in das, was man so jetzt religiös Sünde nennt. Oder in die vielen, vielen Zwänge und Süchte, in die man hineingeraten kann. Und da Liebe nun mal das innerste Wesen Gottes ist, also unvernichtbar, ist das auch gleichzeitig eine Garantie für eine ewige Existenz. Aber das wird noch nicht viel bedeuten. Ewige Existenz, das gibt es mehr oder weniger für alle. Es geht aber um ein ewiges Leben. Und das ist eine Existenz in einer immer größer und intensiver werdenden Lebendigkeit. Zusammen mit ihm, der das Leben selber ist. Das ist eine Existenz, das ist eine Existenz, das ist eine Existenz.